Ich bin Matti und im ersten Lehrjahr. Ich bin Colin und im zweiten Lehrjahr. Wir zeigen euch jetzt den geilsten Job, den es gibt. Und zwar Netz-Elektiker bei der EWB. Die ersten drei Monate meiner Lehre waren sehr spannend, abwechslungsreich, immer etwas anders zu tun, unterschiedliche Arbeitsorten. Ich war bis jetzt im Stationenbau, das heisst Trafonstationen, Ausreissen, Neubauen, dass sie modernisiert sind. Mir ist sehr gemütlich. Die Mitarbeiter sind sehr nett. Man kann Witze haben, man kann Witze machen. Eigentlich gibt es fast nie einen Tag, wo ich nicht lache. Also es ist eine sehr gute Atmosphäre. Wir haben anfangs das Lehrjahr mitgebracht, dass wir ein Geh abbekommen für die Lehrjahr. Die sechs Wochen Ferien, die wir haben, haben versucht zu verwenden. Ja, für mich persönlich ist es gegeben, dass man 500 Franken an Laptop bezahlt bekommt, die man in der Schule braucht. Oder die Handyabob, die für eingezahlt ist. Das sind 30 Franken, die man im Monat mehr hat für sich. Ja, wir sind wirklich nur in der Stadt unterwegs. Und dann lehrt man auch die Stadt kennen. Die kleineren Gäste, die man nicht anschauen würde, wenn man ein Tourist dabei kommt. Wir sollten sicher handwerklich geschickt sein und ein bisschen wetterfest sein. Das sollte man dann eigentlich gut ausgerüstet sein für den Beruf. Hoffentlich hast du es auch so geil gefunden wie wir. Und wenn es dir gefallen hat, komm doch zu uns verschnuppern! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!